Es gibt viele Dinge, die ich nicht verstehe. Eine dieser Sachen ist, warum ein Erzverweser, ein Baum-Jesus-anbetender Bischof aus einer mittelmäßigen Fantasy-Kack-Holding-Romanreihe ist und nicht irgendeine Einheit von Nurgle. Und eine andere Sache ist, warum ich vier fucking Anlefe gebraucht habe, um dieses scheiß Video zu machen. Okay, den Teil verstehe ich zu einem gewissen Grad schon. Ich habe zwei von den Videos abgebrochen, weil ich inhaltlich irgendwelche Probleme damit hatte und bei einem Video ist mir der Rechner verreckt. Das heißt, aller guten Dinge sind vier. Vielleicht. Die Probleme, die ich inhaltlich hatte, war hauptsächlich Definitionszeug. Beispielsweise hatte ich das hier mir gebastelt. Die Idee dahinter ist, dass man jede Einheit zu einem gewissen Grad katalogisieren kann. Also ist beispielsweise ein Ritter in diesem Fall vom Typer Kavallerie, weil er auf irgendwas reitet. Vom Modifikator her ist es eine Nahkampfeinheit. Eine schwere Einheit, weil schwer gepanzert. Und eine Schockeinheit, weil ein schwergepanzerter Typ auf einem Pferd mit einer Lanze in die Gegner reinrennt. Und von der Rolle her wäre es eine Kerneinheit, weil er halt aktiv am Kampfgeschehen teilnimmt. Das Problem ist, dass das Ganze ein wenig zu ungenau ist. Wenn wir als Beispiel einmal den Typ Flieger nehmen, kann das alles sein von normal fliegenden Anführungsstrichen Fußsoldaten über fliegende Kavallerie, Goblins, die aus einer aufgeblasenen Kröte irgendwelche Bomben auf die Gegner werfen oder einfach irgendein großes Vieh mit Flügeln. Und ich glaube, ich erkläre nicht besonders gut, was mein Problem ist gerade. Fuck me. Okay, ein konkretes Beispiel. Die Arachnorock-Spinne. Wenn ihr euch das Ding ansieht, würdet ihr sagen, ist relativ klar ein Monster. Also somit fällt das irgendwo in Monster und Bestien rein. Aber man kann auch ein Katapult auf das Ding stellen. Also ist es jetzt ein Artillerie-Stück, Belagerungseinheiten-Zeugs. Aber man kann auch einen Schamanen oben drauf packen. Also wird es dann ein Magier oder wenn der Magier dann der Fokus wird, ist es dann auf einmal Kavallerie. Und ja, je nachdem wie ich gerade drauf bin, kann ich die Arachnorock-Spinne als magische, monströse Belagerungs-Kavallerie definieren. Oder alternativ als einen monströsen Belagerungs-Magier oder als monströse Artillerie oder magische Belagerungs-Bestie. Es ist kompliziert. Sagen wir es einfach mal so. Und es wäre am einfachsten, einfach das Ganze dem Chaos zu überlassen und zu sagen, alles ist, wie es ist. Aber Ordnung hat nun mal ihren Sinn in der Armee. Und damit meine ich nicht einfach nur den normalen Drill, sondern ich meine damit, dass gewisse Sachen nur wirklich Sinn machen, wenn wir abgegrenzte Einheiten haben. Gewisse Strategien und Taktiken machen nur wirklich für bestimmte Einheiten Sinn. Und einige Formationen, Aufstellungen und sonstige Sachen sind von den Materialien und Waffen, die man hat, abhängig und so weiter und so fort. Das heißt, wir bräuchten irgendeine Form von Ordnung. Aber wie wir gesehen haben, sind Label ein kleines bisschen zu flexibel dafür. Oder zu ungenau oder wie man es ausdrücken möchte. Das heißt, ich habe eine andere Idee. Ich würde mich bei den Soldaten weniger darauf konzentrieren, was für ein Label sie haben und mehr darauf, was sie tun. Oder um weniger wie ein absoluter Arsch zu klingen, ich würde nicht Label auf die Soldaten kleben, sondern Fragen stellen. Das heißt, ich lege nicht fest, was sind meine Belagerungseinheiten, sondern ich frage, wie nimmt diese Armee Festungen ein. Ich sage nicht, das ist die Infanterie. Ich frage, welche Fußeinheiten gibt es, welche Traditionen stecken dahinter, welche Ausrüstung haben die und so weiter und so fort. Dasselbe auch für Kavallerie und Flieger und alles andere, was wir so haben. Somit kann man den Charakter einer Armee formen und man kann die kulturellen Inhalte, die man hat, in die Armee weiterbringen und all die anderen Sachen, die unheimlich toll klingen, wenn man irgendwelchen Weltbuilding-Fluff machen möchte, auf die wir jetzt aber nicht groß eingehen müssen. Aber eine Sache sollte man im Auge behalten. Über allem steht in vielen Fällen eine zentrale Frage. Was ist die Kerneinheit dieser Armee? Nehmen wir als Beispiel einmal das europäische Mittelalter. Denn wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist hier die Kerneinheit der Ritter. Also schwere, gut trainierte Schock-Kavallerie. Ritter sind nicht die häufigste Einheit oder die Einheit, die am effektivsten gegen alles ist. Aber es ist die Kerneinheit, weil auf den Rittern die meisten Taktiken und Strategien dieser Zeit aufbauen. Das heißt, die ganze Armee ist im Grunde um Ritter aufgebaut. Die Ritter sind der, ich sag mal, große Endschlag gegen die gegnerische Armee. Und die anderen Einheiten und die Strategien und Taktiken arbeiten diesen Rittern zu. Und ihr könnt dasselbe mit anderen Kulturen machen. Je nachdem, was die Werte und Ressourcen der Kultur sind, hat es andere Kerneinhalte und andere Kernstrategien und Taktiken, die genutzt werden können. Und ich labere schon wieder. Aber es sollte, glaube ich, klar sein, dass, wenn man sich auf diese Fragen konzentriert, statt auf die Label, man die Armeen sehr viel individueller und sehr viel sinnvoller aufbauen kann. Ohne in dieses Baukastensystem von Infanterie, Kavallerie, Artillerie und so weiter und so fort zu verfallen. Die Einteilungen sind weiterhin nützlich. Aber es gibt immer Wege, um diese Einteilungen umzu. Das heißt, dieser Fokus auf Fragen hilft wahrscheinlich nicht nur meinem dummen Setting, sondern auch euren dummen Settings. Und wieso habe ich so ewig lange gebraucht, das zu merken? Jesus fucking Christ. Und natürlich gilt für das Militär dasselbe, was für alle Elemente im Worldbuilding gilt. Ihr solltet nachforschen, wie das Ganze historisch gehandhabt wurde für eure ungefähre Zeit, in der das Ganze spielen würde. Schaut euch an, wie andere Autoren das Thema gehandhabt haben. Überlegt euch, was sind die häufigsten Fehler, die dabei auftreten oder auftreten könnten theoretisch. Und überlegt euch, wie man das Ganze logisch weiterführen könnte, wenn man Fantasy-Elemente mit einführt. Also Standard Worldbuilding. Allerdings gibt es noch einen großen lila Elefanten im Raum. Balancing. Militärisches Balancing ist dann wichtig, wenn ihr eine zu einem gewissen Grad ausgewogene Machtstruktur haben wollt. Ich habe zum Beispiel drei Hauptkulturen, die sich zu einem gewissen Grad die Waage halten sollen. Was heißt, die Militärs müssen zu einem gewissen Grad aufeinander abgestimmt sein. Das heißt nicht, dass die Armeen sich nicht gegenseitig in irgendwelchen Sachen überlegen sein können. Aber. Das heißt, dass ich erstens allgemeine Regeln dazu brauche, was für die jeweiligen Kulturen zugänglich ist. Und dass ich zweitens festlegen muss, was die Wirtschaftlichkeit der jeweiligen Truppen ist. Die allgemeinen Regeln sind gar nicht mal so schwer zu verstehen. Das ist im Grunde einfach nur, dass ich festlege, wozu haben die jeweiligen Kulturen Zugang. Ich kann zum Beispiel festlegen, alle Kulturen haben Zugang zu magischem Nahkampf, magischem Fernkampf, magischer Artillerie und fliegenden Bestien oder anderen Flugeinheiten. Aber keine der Kulturen hat Zugang zu nuklearen Waffen oder dem magischen Äquivalent davon. Das heißt, dadurch bestimme ich, welche Strategien und Taktiken genutzt werden müssen, um halt den Gegner zu contenten dem, was er kann und uns Vorteile zu geben dem, was wir können. Aber ich lege auch fest, dass nicht einfach jemand einen Exterminatus veranstalten kann. Und die Wirtschaftlichkeit der Einheiten ist ähnlich simpel. In den meisten Wargames haben die Einheiten Punkte Kosten. Um mal ein Beispiel aus Warhammer zu bringen, ein Ogre-Bulle kostet 30 Punkte, während ein Skaven-Sklave 2 Punkte kostet. Das heißt, Ogre sind die eindeutig besseren Einheiten, aber man kann vor dieselben Punkte Kosten deutlich mehr Skaven sich holen. Somit rangieren die Armeen von winzig kleinen Armeen aus trainierten Elite-Einheiten bis hin zu gigantischen Horden aus im Grunde einfach nur Sklaven und Bauern. Und natürlich allem dazwischen. Und diese Punkte Kosten bestimmen im Grunde die Wirtschaftlichkeit der Einheit, also wie viele Ressourcen werden von dieser Einheit verbraucht. Das heißt, es ist zum Beispiel logischerweise deutlich teurer, einen Ritter zu trainieren und auszustatten, als irgendeinen Bauern vom Feld zu ziehen und dem Sperr in die Hand zu drücken. Dafür ist der Ritter auch entsprechend die deutlich bessere Einheit. Und das heißt, so können sich die Armeen ungefähr gegenseitig die Waage halten, wenn man davon ausgeht, dass sie ähnliche wirtschaftliche Kapazitäten haben in den Gebieten, wo sie aufeinandertreffen würden. Man kann jetzt noch über Taktiken und Gegentaktiken und sonstiges reden, aber diese beiden Faktoren sind im Grunde das Wichtigste meiner Meinung nach, um ein einigermaßen ausbalanciertes militärisches Klima zu haben, um halt sowas wie hier im Hintergrund zu vermeiden. Und mit diesen besinnlichen Bildern werde ich mich dann von euch verabschieden. Ich hoffe, mein nächstes Video dauert nicht wieder ewig, bis es raus ist und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und willkommen zum obligatorischen Nachwort. Das dürfte jetzt nicht super lange dauern. Ich wollte euch nur darum bitten, einmal kurz in die Beschreibung reinzugucken, weil da habe ich die ersten drei Versuche, so weit ich die habe, eben noch hochgeladen. Weil ich gerne wissen wollte, ob euch diese Qualität an Video reichen würde. Weil ich diese doofe Angewohnheit habe, unheimlich viel Zeug zu machen an Videos, aber davon wenig bis nichts hochzuladen. Weil mir irgendwas mit der Qualität nicht passt. Darum kurze Bitte an euch, guckt bitte kurz in die Beschreibung, guckt euch die Videos an, wenn ihr wollt. Lasst einen Kommentar da, ob euch das so reichen würde an Qualität. Weil dann kann ich weniger absolut perfektionistisch sein mit diesen Videos und fall vielleicht nicht wieder in irgendwelche komischen Muster rein. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich habe in meinem Felstreich gehört von Neurop. Wусов keine Säge. So viel in dem im舞 Büro deux zu hören. Ich glaube, es able mich daher von der農ände K�. Verspricht das letzt世界. Nein Ich sage, was ganz normal so dassy Tiger mit manufacturers 까 belonging. Aber ich sage mich genau das nah. Ich sage es dir option. Doch Peter ist zum Aber ihnarias.